Weil es sich so viele auch gewünscht haben, werden wir uns jetzt mal alle Hagiwaggis angucken, die wir wirklich in diesem Mod haben. Wir haben natürlich unseren Star der Show Hagiwagi mit seiner Kollegin Kissy Missy. Das sind ja unsere allerliebsten Freunde im ganzen Spiel. Und wir haben halt auch noch ein Inverted Hagiwagi. Das ist quasi Hagiwagi in grün mit blauen Händen. Und dann haben wir noch ein Schattenmaskottchen Hagiwagi. Und das ist einfach Hagiwagi in komplett lila und dunkel. Und guckt euch mal sein Gesicht an. Sieht richtig creepy aus, wie ich finde.